Wir haben eine klare Haltung. Eine, die unser Denken bestimmt. Sie treibt uns an, immer neue Visionen zu entwickeln. Das beginnt bei feinsten Materialien, archaischen Methoden und modernsten. Mit den renommiertesten Designern der Welt. So werden unsere Produkte zum Nonplusultra. Unsere Haltung offenbart sich in jedem Detail. Vollkommen in der Form und der Funktion. Zum höchsten das Wasser erreichen kann. Diese Haltung teilen wir mit unseren anspruchsvollen Kunden. Für sie sind wir absolut kompromisslos. In jedem unserer avantgardistischen Produkte. In jeder Ausführung. In jeder Individualisierung. In Perfektion. Form follows Perfection. Axor In jeder Ausführung. In jeder Ausführung. In jeder Ausführung. Im john pase. In jeder Ausführung. In jeder Ausführung. Vielen Dank.